Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, als wir im Viertel den ganzen Tag abhingen und Scheiße gebaut haben. Die meisten unserer Eltern waren geschieden, das Geld war oft knapp, die Briefe stapelten sich, wir lernten früh mit Problemen umzugehen. Zuhause, zuhause, war es nicht leicht, im sozialen Brennpunkt. Und in der Schule, in der Schule konnten wir uns auch nicht konzentrieren, denn wir sahen nicht, dass gute Noten unseren Kreislauf durchbrechen konnten. Also suchten wir andere Wege, Wege, die uns meistens in Sackgassen geführt haben. Wir kamen aus verschiedenen Ländern, hatten verschiedene Religionen, Hautfarben oder Kulturen. Doch auf der Straße, auf der Straße waren wir alle gleich, wie eine große Familie. Wir haben auch viel gelernt, wie man teilt, aber auch wie man überlebt, auf der Straße. unter находится, die Leute haben eine gute Möglichkeit. Wir haben uns auch viel die Leute haben nicht mehr genutzt, sondern wir hatten einen wenigen Seiten, sondern wir haben